Hey Jimmy's, was geht ab? Dies wieder euer Petler und wir sind heute einkaufen. Das bin ich und Palinski. So, wir sind jetzt hier ein bisschen einkaufen und mir geht's einfach mega scheiße. Ich glaube, ich bekomme eine Grippe. Meine Beine sind so schwer. Ich komme morgens so schwer raus. Alles schwer, alles scheiße. Aber es bleibt bei dem Wetter ja nicht aus. Es wird einfach nicht wärmer. Es wird immer kälter. Irgendwie haben wir gesagt, nächste Woche dann wieder 12 Grad, aber es fackt mich halt ab. Bis dann ist es im Regen und so. Und ich bin da echt kein Typ für. Ich habe ein Tiefelzimmer an, weil ich das chilliger finde. Und ja, bin ich auf eine Art selber schuld. Und Palle holt gerade meinen Einkaufsfragen. Palle, wo bleibst du? Da kommt er. Da ist der Chauffeur. Vielen Dank. Ja Leute, und jetzt gehen wir rein und bringen mal hier den Brandberg weg. Ich glaube, wir haben uns schon alles erzählt, Palle. Du hast auch nicht viel zu erzählen. Ich bin ja auch erst 20. Jetzt mal. Junge, du bist 40. Das ist... Ja, ich habe wirklich die Körper eines 50-Jährigen. Ich muss uns ja anschauen, das stimmt. Ja, das ist so. Du bist extra-vieh. Ich fahre. Ich freue. Ja, ich bin ja ergerPack. Ja, ich bin ja dergerPack. Ich bin ja Leude. Wir sind ja gerade nur einig. Aber ich bin ja dergerPack-Frage. Ich bin ja dergerPack-Frage. Ja, wer mein Kind ist ja dergerPack-Frage. Ja, Leute. Jetzt musst du zu mir spielen. Ich glaube, wenn der Einkaufswagen nicht da gewesen hätte ich alles zerfickt. Der Ball springt auch so richtig behindert, Alter. Mit Kopf, Alter, beim Basketball. Sehr gut, komm, wir müssen weitermachen. Du bist richtig geballsüchtig wie ein Hund, Alter. Ich hab nicht mehr Fußball gespielt, Alter. Das merkt man aber auch. Das merkt man daran, dass du ballsüchtig bist. Pass auf, das ist der Wagen. Der Ball ist auch viel zu hart. Auser Atem. Auser Atem schon? Ja. Okay, dann haben wir auch. Oh, Ball, Alter. Oh, Mann, Alter. Ein Hund und sein Spielzeug. Da dies, da dies was. Was ist denn das für ein weißes Zeug hier? Ja, das ist, äh, ja, Kalk ist das. Ist auch Kalk. Aber, äh, das ist ein Bild. Der Ball macht süchtig. Der Ball macht süchtig. Der Ball macht süchtig. Der Ball spielt jedes Mal mit mir. Einblau. Was ist denn das? Ungefähr 10 Minuten mit einem Basketball-Fußball. Ja Leute, ich bin so K.O. Ich könnte mich jetzt hinlegen. Ich glaube das werde ich auch nach dem Vlog machen. Ich habe heute Abend noch eine Folge GTA 5. Die leide ich dann hoch. Peter, du musst dich mal hinter den Wagen postieren. Versuch den Ball in deinen Einkaufswagen. Nein! Nein, nein, nein. Palle, da sind Sachen und die gehen kaputt. Warte, warte. Stell dich hinter den Einkaufswagen. Nein! Kriegt das gar nicht hin. Soll ich dir mal zeigen wie das geht? Richtiger Trickshot jetzt, pass auf. Weißt du was, ich kann nach Hause gehen. Ich gehe zum Zirkus. Ich muss ja sagen zu schön Peter, alter. Meiner war ja meilenweit, weil ich habe eigentlich den anvisiert, der ging mir nach da. Und den hast du eiskalt versenkt. Das habe ich, alter. Also wenn ich eins habe, ist das Präzision und Kunstschießen. Ja. Nice, Palle. Sollen wir jetzt mal los langsam? Ich finde es ja geil auf dem Parkplatz. Da kommen die Jugenderinnerungen hoch. Ja. Als ich Bundesliga gespielt habe. Auf dem Parkplatz? Ja, ja, ja. Oh, Palle, jetzt bist du wieder drin. Oh Gott! Auto! Ich dachte, der kommt. Jetzt hätte er dich so angefahren. Palle zum Kopfball. So zack. Oh Mann, Leute. Schaut euch das mal an. Hier in diesem kleinen Smart muss jetzt alles reinpassen. Alles. Und ich habe so viel Schrott und Müll hier drin. Das Auto wird so richtig zum Müll abladen. Oh Mann. Ja Leute, ich verabschiede mich für heute. Ein richtig kleiner Vlog. Aber ja, ich hoffe, dass euch der noch gefallen hat. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr seid alle gesund. Und habt einen schönen Tag in der Schule. Und ja, das war's vom Vlog. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.